Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zum aktuellen Transfer-Report. Die Rückrunde in der Bundesliga ist endlich wieder losgegangen. Das Transferfenster ist noch bis zum Dienstag geöffnet. Und somit könnte es auch gut sein, dass noch einige Transfers in der Bundesliga getätigt werden. Und darauf blicken wir heute wieder im aktuellen Transfer-Report. Besonderer Fokus auf Leverkusen, Schalke, Union, Stuttgart und Frankfurt. Aber auch bei Leipzig und Wolfsburg ist ein bisschen was los. Und genau darauf blicken wir heute auf die aktuellsten Transfers und Gerüchte aus der 1. und 2. Liga. Legen wir erstmal los mit Bayer Leverkusen. Besser gesagt mit Timothy Fosu-Mensar. Der ist ja rechter Verteidiger, ein interessanter Spielertyp. Aber die letzten Jahre eben auch sehr verletzungsanfällig. Sein Vertrag bei der Werkself läuft noch bis 2024. In der laufenden Saison kommt er immerhin auf 10 Pflichtspieleinsätze. Die meisten waren aber ja auch nur von der Bank. Und bei Timothy Fosu-Mensar ist sicherlich so ein bisschen der Fall, dass er sicherlich mehr könnte, als er zeigt. Aber die Verletzungen ihn auch immer wieder zurückgeworfen haben. Und deswegen kann man sicherlich bislang sagen, dass er bei Leverkusen nie wirklich glücklich geworden ist. Und nach seinen schweren Verletzungen fehlt auch einfach dem Verteidiger die Spielpraxis. Und deswegen könnte wohl im Winter noch ein Abgang möglich werden. Denn Troye aus Frankreich möchte ihn wohl sehr, sehr gerne haben. Der Liga-Club buhlt auch um den Niederländer. Und ich denke mal, da wäre auch Leverkusen nicht abgeneigt, eine Lösung zu finden. Klar, er ist der Backup von Jeremy Frimpong und natürlich brauchst du auch einen Backup auf jeder Position. Aber dort wurde zum Beispiel auch gegen Gladbach schon mal Sinkgrafen eingewechselt, der man auch mal auf der rechten Seite gespielt hat. Sprich, auch das ginge natürlich schon. Und Fosu-Mensar ist natürlich ein Spieler, der einfach deutlich mehr spielen muss. Und bei Leverkusen ist das im Aktuellen nicht wirklich realistisch. Ob es sich dann hier um eine Leihe handelt oder einen fixen Verkauf, da gibt es jetzt keine weiteren Informationen vom Kicker. Aber ein Abgang im Winter ist hier sicherlich noch möglich. Das Kapitel Josip Brekalo und VfL Wolfsburg ist wohl möglich vorbei. Denn zum Zeitpunkt meiner Videoaufnahme ist der Wechsel zu AC Florenz wohl möglich schon fix. Die VATS Online spricht auf jeden Fall davon, dass Florenz Josip Brekalo verpflichtet. Brekalo galt ja bei Wolfsburg mal als das absolute Top-Talent auf der Position des Flügelspielers. Hat mir persönlich vor allem auch bei seiner Leihe in Stuttgart sehr, sehr gut gefallen. Aber auch danach bei Wolfsburg konnte er nie mehr so richtig sich durchsetzen. Es gab ja auch mal zwischendurch eine erneute Ausleihe. Er wollte immer wieder unbedingt weg und irgendwie hat es jetzt auch am Ende nicht mehr gepasst. Brekalo ist wohl bereits am Freitag in Italien gelandet und dem Vernehmen nach zahlt die Fiorentina 450.000 Euro an Ablösesumme. Das ist natürlich erstmal ein Schnapper beim Blick auf den aktuellen Marktwert von 7,5 Millionen Euro. Und mit 24 Jahren bringt der Kroate natürlich auch noch weiteres Potenzial mit. Aber bei Wolfsburg lief es einfach aktuell überhaupt nicht mehr. Sein Vertrag läuft ja ohnehin am Ende der Saison aus. Und somit kann man hier aus Wölfesicht sein Gehalt einsparen. Kriegt zumindest noch eine minimale Ablösung. Und kann das Kapitel jetzt schon endgültig beenden. Sicherlich eine Geschichte, mit der am Ende alle zufrieden sein können. Bei Benjamin Henrichs ist sicherlich auch so ein bisschen die Frage, wie zufrieden sind denn eigentlich alle. Denn Henrichs ist natürlich auf Leipzigs rechter Abwehrseite größtenteils gesetzt gewesen in der laufenden Saison. Zumindest hat er reichlich Spielpraxis bekommen. Obwohl es natürlich auch ein Mohamed Sima Khan sehr, sehr gut gemacht hat. Und auch ein Lukas Klostermann ausgefallen ist. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wie seine Perspektive im Laufe der Rückrunde aussehen wird. Denn vor allem der Ex-Trainer Nomenico Tedesco hat der große Stücke auf ihn gehalten. Und mittlerweile zieht Henrichs auch konkretes Interesse aus der Serie A auf sich. Denn nach italienischen Medienberichten, und das hat nun auch Sky gemeldet, gibt es zwei Anfragen für ihn. Denn so sollen sich in den vergangenen Tagen Juventus Turin und die AS Rom nach Henrichs erkundigt haben. Der neue Sportboss bei RB ist ja Max Eberl. Und der wiederum will den 25-Jährigen aber auf keinen Fall ziehen lassen. Bei RB hatte Henrichs noch einen Vertrag bis 2025. Ob jetzt hier nochmal eine Bewegung in Leipzig Abschied reinkommt, wird natürlich logischerweise in den nächsten Tagen zeigen. Ich kann es mir persönlich aber jetzt im Winter nicht wirklich vorstellen. Auch in der Bundesliga, jetzt unter anderem gegen Schalke, stand er in der Startelf, hat ein Tor gemacht, hat sich gut präsentiert. Und da ist halt dann die Frage, ob man ihn jetzt überhaupt noch abgeben wollen würde, ob Henrichs selber daran interessiert ist. Je nachdem, wie sich seine Rolle in der Rückrunde entwickelt, kann sicherlich ein Sommertransfer möglich sein. Je nachdem, wie es mit der Konkurrenz Klosermann und Simakhan aussieht. Aber jetzt im Winter halte ich das für eher unrealistisch. Was ja bei RB Leipzig wiederum schon nahezu klar ist, Konrad Leimer wird ja die Red Bull Leute verlassen, wird zum FC Bayern München wechseln. Und dort gibt es nun wohl auch schon zwei konkrete Kandidaten für die Nachfolge. Denn demnach befinden sich Nikolas Seiwald von RB Salzburg und Kieferen Thüram von OG Senica auf der Liste des Bundesligisten. Die zwei sind nun wirklich die Namen, die am meisten gehandelt werden. Und da auf jeden Fall eine Alternative sind für das zentrale Mittelfeld, wenn dann eben im Sommer dort ein Neuzugang benötigt wird. Machen wir weiter mit William Pacho. Und über den haben wir hier schon im vergangenen Transferreport gesprochen. Eintracht Frankfurt möchte den 21-jährigen Innenverteidiger unbedingt haben, plant ihn auch schon so ein bisschen als möglichen Nachfolger für Evan Dieker ein. Und mittlerweile, und das berichtet Sky, steht Frankfurt auch vor einer Einigung mit Royal Antwerpen bezüglich eines Vertrages von Pacho. Der stand ja in der laufenden Saison in Belgien 21 Mal in der Startelf, konnte dabei auch Eintreffer vorbereiten und ist ein ganz wichtiger Faktor bei Antwerpen und zeigt, dass er eben auch großes Potenzial besitzt. Vor ein paar Tagen hieß es ja noch, dass Antwerpen eine Ablöse von ca. 18 Millionen Euro fordert bei einem Market von ca. 300 Millionen. Und da haben wir ja sicherlich auch schon alle festgehalten, das ist deutlich zu viel. Auch da hieß es schon, Bei dieser Summe wird es der Sportvorstand Markus Kröscher auf keinen Fall machen. Aber es wurde nochmal verhandelt und das ist jetzt sicherlich ein Deal, mit dem alle gut leben können. Denn man hat sich auf eine Ablöse von ca. 9 Millionen Euro geeinigt und der 21-Jährige wird nicht im Winter wechseln, sondern erst im Sommer zu Frankfurt kommen. Und ich denke mal, mit diesem Kompromiss hat man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Man ist ja ohnehin aktuell auf jeden Fall ganz gut in der IV aufgestellt, wenn denn auch am Ende alle fit sind. Und dass man dann im Sommer so einen jungen Spieler in Suhl macht sicherlich Sinn, der eben jetzt auch nochmal in Belgien reichlich Spielpraxis sammeln kann. Und damit hat man sich hier auf jeden Fall schon mal frühzeitig für die kommende Saison verstärken können. In der kommenden Saison ist ja unklar, in welcher Liga Schalke spielt. Aktuell ist es auch unklar, in welcher Liga Jordan Larson in der Rückrunde schon spielt. Denn im vergangenen Sommer ist er ja ablösefrei von Spartak Moskau zu Schalke gekommen. So wirklich überzeugend war die ganze Geschichte bislang aber noch nicht. Und nun könnte der Offensivakteur schon wieder seine Sachen packen. Denn nach Information der dänischen Zeitung BT, aber auch mittlerweile bestätigt von der Bild-Zeitung, hat sich der FC Schalke 04 wohlmöglich schon mit dem FC Kopenhagen auf einen Transfer im Winter verständigt. Die Dänen wollen nämlich Jordan Larson ausleihen bis zum Saisonende und darüber hinaus gibt es dann auch eine Kaufoption. Auf Schalke hat ja Larson noch einen Vertrag bis 2025, sprich da hätte Schalke auf jeden Fall die Chance dann im Sommer ihn noch endgültig abzugeben und noch eine ganz gute Ablösesumme zu kassieren. Thomas Reis als Trainer hat ja schon gesagt, dass es bei Larson irgendwie so ist, als wenn er eine Blockade oder so hätte. Das ist schwierig zu beurteilen, warum es nicht wirklich funktioniert mit ihm auf Schalke. Aber es kann schon sehr, sehr gut sein, dass wir hier bis zum Transferende noch einen Abgang von Jordan Larson sehen. Union Berlin ist mal wieder fleißig auf dem Transfermarkt und ist nochmal aktiv geworden, denn das Mittelfeld der Unioner bekommt nochmal Verstärkung. Eisa Laidoni wechselt nämlich an die alte Försterei und kostet wohl circa 4 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen. Der 26-jährige Kondonesia kommt ja von Ferewaroch Budapest und mit welcher Vertragslänge er ausgestattet wird, lässt Union wie gewohnt offen. Das ist ja auch nicht zwingend Neues. Und damit hat man, finde ich, auf jeden Fall einen super interessanten Spieler verpflichtet. Laidoni hat ja bei der WM schon gezeigt, was er kann, ist ein typischer Abräumer, der aber auch ein sehr, sehr gutes Box-to-Box-Spiel mitbringt, hat ein gutes Spielverständnis, ist sehr, sehr gut am Ball, hat eine unglaubliche Physis und ich glaube, so ein Spielertyp passt perfekt zu Union Berlin. Es gab ja auch konkretes Interesse von Espanyol Barcelona, auch Stuttgart und Wolfsburg wurden mal mit Laidoni in Verbindung gebracht. Union hat sich nun auf jeden Fall durchgesetzt, bekommt nochmal eine wuchtige Spielweise hinzu und das ist, glaube ich, ein Transfer, über den man sich bei den Berlinern extrem freuen kann. Und es ist auch noch gut möglich, dass es weitere Transfers geben wird, sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangseite. Denn der VfB Stuttgart sucht ja noch nach dringenden Verstärkungen fürs Mittelfeld. Wir hatten ja jetzt auch schon den Namen Mijad Gacinovic gehabt und der Blick der Schwaben geht dabei wohl auch Richtung Hauptstadt, denn Genki Haraguchi soll von Union Berlin den Weg in Schwabenländle finden. Denn, wie Sky berichtet, fanden auch bereits Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Bundesligisten statt und es könnte wohl sehr, sehr gut sein, dass die ganze Geschichte noch bis zum Ende der Transferperiode über die Bühne geht. Denn Haraguchi spielt bei Union nur noch eine untergeordnete Rolle. Kommt zwar auf 18 Einsätze in der laufenden Saison, konnte aber kein Scarabinion zusteuern, weil es auch oftmals nur Kurzeinsätze waren. Also irgendwie passt es einfach nicht mehr so richtig. Und laut Sky ist die Sache um Haraguchi und Stuttgart auch wirklich heiß. Und Stuttgart will ja im Mittelfeld nochmal nachlegen, Haraguchi könnte natürlich mit seiner Erfahrung und mit seiner Kreativität auch direkt weiterhelfen. Und hier sieht es auf jeden Fall danach aus, dass Stuttgart Haraguchi unbedingt haben will. Eine Alternative ist hier weiterhin auch Hugo Fettlesen von Bodo Glimt. Dort wurden aber die Angebote bislang immer wieder abgelehnt und Haraguchi dürfte wohl hier die günstigere Alternative sein. Und würde man dann Haraguchi abgeben, wäre natürlich auch wiederum Platz für einen neuen Kreativspieler. Und dort gibt es nun ein extrem interessantes Gerücht bei Union Berlin um Isco. Isco ist ja sicherlich ein Spieler, den wir alle kennen. Ehemaliger spanischer Nationalspieler, jahrelang bei Real Madrid gespielt, aber bedingt durch seinen Wechsel zum FC Sevilla im vergangenen Sommer ist seine Karriere so ein bisschen in Stocken geraten. Wurde nämlich auch deswegen weniger für die spanische Nationalmannschaft nominiert, konnte sich bei Sevilla nicht so richtig nachhaltig durchsetzen und deswegen wurde auch sein Vertrag kurz vor Weihnachten aufgelöst. Sprich, Isco ist auf dem freien Markt, es gibt Interessenten und dort gehört wohl auch Union Berlin zu. Denn Interesse an Isco wurde zuletzt mit Juventus Turin, dem Wolverhampton Ronduras und auch LL Galaxy mehreren Klubs nachgesagt. Ein potenzieller Wechsel nach Saudi-Arabien schlug Isco aus, weil er eben sich weiter auf hohem Niveau beweisen möchte. Und nun bietet sich dem fünffachen Champions-League-Gewinner eben auch die Gelegenheit, in die Bundesliga zu wechseln. Denn wie Sky berichtet, hat Union Berlin Kontakt zum Isco-Lager aufgenommen und auch eine Anfrage beim Mittelfeldspieler hinterlegt. Das kolportierte Interesse der Eisernen soll wohl sogar in der Spielerkabine der Berliner ein Thema sein und Union arbeitet derzeit daran, die Qualität in der Zentrale sukzessive zu erhöhen. Wie gesagt, Laiduni ist schon da, Haraguchi könnte gehen und Isco ist wohl tatsächlich ein interessanter Kandidat für Union. Und ich glaube, so ein Edeltechniker, kann man ja sicherlich sagen, in der Bundesliga zu sehen, wäre schon interessant. Und auch für ihn selber könnte sicherlich die Bühne Union Berlin sehr, sehr spannend sein. Ein etwas kleinerer Verein, wo es für ihn sicherlich auch nur um Sportliche geht. Natürlich könnte er aber auch in einer schönen Stadt leben und eben auch so ein bisschen weiterhin einen gewissen Flair haben, aber sich vor allen Dingen eben auch auf die sportliche Geschicke fokussieren, weil ich glaube, das muss für ihn jetzt auch im Fokus stehen, nachdem das Kapitel Sevilla und auch zuvor bei Real Madrid nicht mehr ganz so erfolgreich war. Also hier bin ich echt gespannt, ob Union tatsächlich zuschlagen kann. Das wäre mal ein sehr cooler Deal für die Bundesliga. Und jetzt könnt ihr nochmal gerne eure Meinung zu den aktuellen Transfergerüchte und fixen Transfers in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.